Ich komme zurück bei Horizon Hero Dawn. Die suchen mich. Die suchen mich. Ich freue mich, Alter. Vielleicht sind noch ein Fluch. Ich spreng dir mal den Arsch ab. Noch ein Segel. Schade, ich habe gedacht, ich kann... Die großen da hinten irgendwie. Verpiss dich. Umgehauen! Komm mal her! Abfliegen. Es muss leise ablaufen. Geht doch! Geht doch! Das war doch sehr gut. Jetzt muss ich nur noch in die da hinten rankommen und dann... wird das lustig. Erstmal gescheit hinsetzen. Ich wollte eigentlich woanders hin, glaube ich. Genau, ich wollte noch da unten. Genau, ich wollte noch da unten. Guck mal, dass ich an die Rand komme, ohne... Guck mal, dass ich an die Rand komme, ohne... gesehen zu werden. Hi! Ich werde tun, was ich tun muss. Ich habe da mein eigenes Viech gerade zerstört. Okay, mein Viech ist noch verlegen. Oh shit, mit dem habe ich nicht gerechnet. Mit dem hatte ich jetzt nicht so gerechnet. Oh, das ist eine Masatode. Okay. Oh, das ist ein Masatode. Das ist ein Masatode. Warte! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich kann die erstmal einsammeln, weil ich sterb Von denen habe ich keine mehr Oh shit, er ist mein Kind Ich bin wieder im Biser Oh, ja, ja Ich kann die Was ist das, was du? Ich hab' da jetzt schon hier, da kann man aber nicht weiter ran, oder? Nee, die bleiben da hinten. Da unten. Ich hab' kein Eis, oder so. Oh, shit. Oh, shit. Ja, 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 ja. Oh, shit. 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 Schau, dass du nicht näher ankommst. Oh, shit, shit, shit. Oh, shit, shit. Yes. Ich will nichts sagen, aber we got it. Das war eigentlich nicht das, was ich machen wollte, aber... Oh. Oh, oh, oh. Schön. Ich kann mir mal da rein, wo wir hingehen wollten. Zu dem langen Hals. Oh, hier ist Sand. Oh, was bist du denn da hinten? Hast du denn wieder ein selbe Zahn? Ich bin selbe Zahn. Oh, komm mal da an. Oh, da unten liegt auch einer. Ja. Hier ist ein paar Wüster. Hier ist ein paar Wüster. Natürlich ist es wieder ein paar Wüster beschützt und in Sägezellen geschützt. Das war keine Warnung. das war keine Warnung. Das ist gut. Kümmer dich mal um die anderen! Schön leise. Ich bin nicht da! Oh, hei! Alter, ich bin nicht gemeint! Alter! Alter, Alter! Junge! Boah! Genau! Ich bin längst weg! Genau! Ich bin längst weg! Oh! 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 Ich müsste von hier aus auf den Langhals springen können. Ich hab an dem bei jetzt meiner eigentlich. Das ist doch meistens komplett! los Nein, 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 nein! Okay, ich muss zum Kopf des Langheils. Oh, eins ist hot. Oh, eins ist hot. Oh, shit. Oh, shit. Ganz ruhig. Oh, shit. 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 Ziemlich faszinierend, wenn die nicht gerade nach mir suchen würden. Ich will nichts sagen, aber wir haben auch nichts stuff gekriegt. Uns fehlt halt noch diesen... Es fehlt uns halt noch eine Sache. Uns fehlt halt noch Elektrizität und Eis. Dann wäre das gar nicht so schlimm. Das war hier komplett voll heim. Da ist noch was drinnen. Oh. Da oben haben wir noch was. Da oben haben wir noch was. Da oben haben wir noch was. Ich bin der Falle. Ich bin der Falle. Ich bin der Falle. Ich bin der Falle. Das wird dir nicht gefallen. Ja, ich bin weg. Da kommt einer eingelogged. Oh, das muss ich nicht sehen. Oh, ich hab da einen eigenen Zustand. Scheiße. Da wollte ich doch ein bisschen vielleicht eventuell zu viel. Da wollte ich doch vielleicht ein bisschen zu viel. Ich wollte dann alle Viecher haben. Ja gut, ich hab direkt welche gekriegt, aber, äh, heim. Noch ein Signal? Hau ab! Das Problem an der ganzen Sache ist, dass die wieder leben. Ganz aber. Gott, ja. Mal gucken. Ja, ich bin doof. Ich glaube, ich kann es nicht so viel mehr machen. Ich glaube, ich bin da drin. Ich glaube, ich bin da drin. Ich bin da drin. Ich bin da drin. Ich muss zum Kopf des Lachs halten. Richtig wieder. Richtig wieder. Richtig wieder. Übertreibt nicht. Ist das bei mir da hinten? Oh, dahin ist noch einer. Richtig wieder. 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 Ich komme noch mal Stück. Aufpassen, dass das Viech nicht zerquetscht. Oh, wir sollen noch einmal warten, dann werde ich gleich zerquetscht. Sieht gut aus. Ja. Jetzt klären wir endlich drauf. Mir ist eine ganze Folge gebraucht, um auf den Land zu klettern. Ich wollte auch ein bisschen Ruhe haben. Gucken wir mal irgendwo, wie wir hier ein bisschen drauf klettern können. Hier vorne ist ein Steg. Oh, ist da noch immer voller Dinge drin für beide? Wahrscheinlich eher nicht. Nee, jetzt komme ich nicht mehr hoch. In der Pfanne komme ich auch hoch. Oh nee, komme ich noch hoch. Oh, oh, oh nein. Hier müsste ich noch hochkommen. Von hier aus müsste ich leicht auf den langen Hals springen können. Ja, hier muss ich funktionieren. Ach, geschafft. Und jetzt hoch auf seinen Kopf. Und dann muss ich noch hochkommen. Es geht gar nicht so viel Kraft um die Ahnung. Einmal eine Übertragung. Oha! Wie viel und wie weit? Wir können mal hier und dann so rüberschwungen, dann gehen wir nach hier unten. Oder? Ich meine, dann können wir das hier machen? Naja, ich glaube wir gehen mal langsam nach Meridian. Wir machen hier die beiden Dinger, die sammeln wir auch. Dann gehen wir so langsam mal nach Mima Meridian. So, da vorne müsste noch ne... Ja. Da vorne müsste noch ne Savepunkt sein. Muss mal aufpassen, dass diese Restzellen uns da nicht sehen. Ja wieso jetzt wechseln? Das geht auch schon nach vorne. Ja. Warum ist das Fall eigentlich immer bei Viechern? Sonnenfall. Was ist das? Das ist ein... Verdammter B, oh mein... Oh mein Gott. Oh mein Gott, Nuss. Dann bin ich drüben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin zuerst. Es ist nur noch Schaffner. Muss ich doch töten mit, oder? Da sind zwei. Hört nur einer. Hört nur einer. Dankeschön, du Sack. Dankeschön. 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 Das war Klaus. Dankeschön. 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 Okay, das schaffen wir noch. Schauen wir noch in dieser Frage und dann... Dankeschön. Das war schon mal. Das war schon mal. Dankeschön. découvrir willuousprogramops. Dankeschön. Das war ich Ihnen. På Bete? Und hoffen wir auch. Oh, oh, oh. Oh Gott, oh Gott. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020